Musik Ein paar Worte zu mir. Ja, mein Name ist Lino Zellies. Ich studiere an der FU Berlin Volkswirtschaftslehre, bin jetzt nämlich am Ende meines Masters. Und vor ungefähr zwei Jahren bin ich im Rahmen von einem Praktikum eigentlich eher zufällig auf das Thema Geldschöpfung, Geldsystem gestoßen. Und ja, das hat mich dann ziemlich fasziniert, worauf ich da gestoßen bin. Und da hat dann eigentlich eine Art Reise in das Thema Geld für mich begonnen, die jetzt zwei Jahre angehalten hat. Und ich würde fast sagen, das hat für mich mehr Erkenntnisse geliefert als eigentlich mein gesamtes VWL-Studium bis jetzt. Also ich glaube, das Geldsystem ist ein unglaublich wichtiges Konsument unserer ganzen Wirtschaftsordnung, was aber eigentlich von der Mainstream-Ökonomik völlig übersehen wird. Weil Geld ja einfach so als unwichtiger Schleier abgetan wird. Ich hatte ein Zitat von Alexander Del Mar, Geldhistoriker von vor über 100 Jahren. Und da hat er schon geschrieben, Of all the elements of political economy, money is the cheapest. Of all the institutions of money, the right to create it is the most important. Yet not a word concerning this one sacred right by the state is to be found in any of the economists. Und ja, ich fand es ganz interessant, als ich das gelesen habe, dass das vor 100 Jahren offensichtlich schon der Fall war, dass die Ökonomen das Thema Geld vernachlässigt haben. Und es scheint sich nicht viel geändert zu haben. Auch wenn jetzt nach der Finanzkrise natürlich ein bisschen anders ist. Aber ja, und er betonte ja schon, wie wichtig das Thema Geld ist. Ich habe ziemlich viel auch gelesen jetzt zur Geschichte des Geldes, auch frühhistorisch und über die letzten Jahrhunderte. Und ja, mein Schluss war, das Geldsystem war tatsächlich entscheidend für den Aufstieg und Fall ganzer Zivilisation. Wie das Geld organisiert war, wer es geschaffen hat, wie die einzelnen Institutionen ausgestaltet waren, prägt die gesamte Gesellschaft und hat extreme Auswirkungen auf alle Bereiche, die man auf den ersten Blick erstmal gar nicht so erwartet. Und ja, darum geht es hier und das ist der Rahmen dieses Vortrages. Und warum ich mich für diese Geldreform einsetze. Erstmal noch ein paar Worte zu unserem Verein. Also wir heißen halt Monetative, angelehnt an so eine Art vierte Gewalt, wie Judikative, Exekutive und so weiter. Da geht es dann ums Geld, deshalb soll das so eine Art vierte Gewalt werden, die Monetative. Darauf gehe ich später ein, weil daher rührt unser Name. Wir sind ein eingetragener Verein. Seit 2012 hat er sich gegründet, ist vor allem in Berlin ansässig. Gegenwärtig haben wir ungefähr 80 Mitglieder. Aus allen Schichten der Gesellschaft, also Lehrer, Professoren, Musiker, Künstler, Studenten wie mich und ja, werden regelmäßig mehr. Wir veranstalten regelmäßig Veranstaltungen, also Einführungsvorträge, Workshops, so Vorträge wie hier jetzt und haben im November auch eine Jahrestagung. Wir treiben eine Homepage als Infoanlaufpunkt und einmal im Monat gibt es ein Newsletter. Also wer da Interesse hat, kann ihn auch abonnieren auf unserer Homepage monetative.de. Und im Grunde haben wir zwei primärer Ziele. Das erste, Aufklärungsarbeit über das Geldsystem an sich, weil eben sehr viele Missverständnisse oder auch Fehlwissen oder völlig fehlendes Wissen in den Einschichten der Bevölkerung zum Thema Geld herrschen. Und zweitens eben die Verbreitung dieser Vollgeldreformidee und die Aufklärung darüber. Ja, dann ein bisschen was zum jetzigen Geldsystem. Ja, man kann feststellen, heutzutage macht das Bargeld eigentlich nur noch eine sehr geringe, hat nur noch eine sehr geringe Bedeutung. Ungefähr 1% der Geldmenge in der Eurozone ist das hier, ist Münzgeld, 17% Papiergeld und der Großteil des Geldes, 82%, ist das Giralgeld. Das heißt, das Geld, was man so auf dem Bankkonto hat, wo man dann beim Online-Banking über verfügt. In anderen Ländern kann das noch deutlich mehr sein. Also in der UK zum Beispiel zahlt man ja kaum noch Bar, da sind es glaube ich 97%, die dieses Giralgeld ausmacht. Und wie wird dieses Geld jeweils geschaffen? Das ist vor allem historisch gewachsen, wie diese Institutionen da gegenwärtig sind. Beim Münzgeld ist es so, dass es durch die staatliche Münzprägeanstalt einfach geprägt wird. Und der Gewinn, das heißt die Differenz aus den Materialkosten und dem Nominalwert der Münze, das ist dann vielleicht Materialkosten bei einer Euromünze vielleicht 10 Cent, und der Wert aber in Euro hat man ja 90 Cent Gewinn, dieser Gewinn geht an den Staatshaushalt. Und das bezeichnet man auch als sein Orange, also dieser Geldschöpfungsgewinn. Und das sind halt ganz nette Einnahmen für den Staat. Historisch hat er sehr viel ausgemacht, heutzutage ist es bei den Münzen aber eigentlich nicht mehr so bedeutend, weil es eben nur noch 1% der Geldmengen ausmacht. Das Papiergeld wird in der Regel von der Zentralbank gedruckt, vielleicht im Auftrag durch irgendeine andere Institution, und dann an Geschäftsbanken gegen Zinsen verliehen. Und dadurch macht die Zentralbank natürlich ein bisschen Zinsgewinne, eine Art Zinssanourage kann man das nennen. Und diese Zentralbankgewinne werden dann irgendwann auch wieder an den Staat ausgeschüttet. Das heißt, da macht der Staat auch so ein bisschen Gewinn durch die Schöpfung am Geldes. Aber der Großteil des Geldes, das Giralgeld, noch Buchgeld genannt, wird eben nicht von der staatlichen Institution geschaffen, sondern es entsteht, wenn, grob gesagt, wenn Banken einen Kredit vergeben oder irgendwas kaufen. Irgendwann werden Banken, na nicht Banken, irgendwas bezahlen. Jedes Mal, wenn das passiert, entsteht neues Giralgeld. Und der Staat hat von dieser Geldschöpfung nichts. Es gibt im Grunde keine staatliche Institution, kein Vorteil mehr für den Staat aus der Giralgeldschöpfung. Eine kleine Visualisierung. Unten sieht man gewissermaßen die Realwirtschaft, also Haushalte, Unternehmen oder Banken. Und zwischen denen, die ich jetzt dargestellt hatte, hat die größte Bedeutung das Giralgeld. Das Rote für 80 Prozent und ein bisschen Anteil hat noch das Bargeld. Und interessanterweise ist das Giralgeld auch nicht mal gesetzliches Zahlungsmittel. Also im Gesetzestext steht tatsächlich, Geld ist Papiergeld und Münzgeld. Aber Giralgeld ist eigentlich gesetzlich nicht richtiges offizielles Geld. Und das hat schon eine gewisse Bedeutung. Ja, weil Giralgeld eben nur eine Art Quasi-Geld ist, ein Recht auf Auszahlung von richtigem Geld. Das heißt, wenn ich Guthaben habe bei einer Bank von Giralgeld, dann ist das sozusagen, dass die Bank mir verspricht, richtiges Geld dafür auszuzahlen, wenn ich es möchte. Das heißt, wenn ich es abheben möchte oder so. Und deshalb müssen die Banken ein bisschen Bargeld eben vorhalten, für jede Einheit Giralgeld, die sie haben. Das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass sie so eine Art Reservesatz halten müssen. Und der ist gegenwärtig in der Eurozone eben ein Prozent. Was die Banken für, also wenn eine Bank 100 Einheiten Giralgeld auf Konten hat, dann muss sie ein Prozent Bargeld oder auch Zentralbankreserven vorhalten. Zentralbankreserven sind so eine Art digitales Bargeld. Das sind die Guthaben bei der Zentralbank. Und da die Zentralbank ja einfach Bargeld drucken kann, kann sie das jederzeit umwandeln. Und das Entscheidende ist aber, was ich hier darstellen möchte, dass wir so eine Art zweigeteiltes oder zweistufiges Geldsystem haben. Es gibt eben ein Kreislauf zwischen der Realwirtschaft und den Geschäftsbanken und einen zweiten Kreislauf zwischen den Geschäftsbanken und der Zentralbank. Und die Zentralbank hat eben keinen direkten Einfluss auf die Giralgeldmenge oder auf diesen Realwirtschaftsgeldkreislauf. Die Zentralbank kann eben nur günstig Bargeld- oder Zentralbankreserven an die Banken verleihen. Man kann sagen, hier bekommt das zum sehr günstigen Zinssatz. Oder ich kaufe euch irgendwelche Sachen für einen relativ hohen Preis ab im Austausch gegen Zentralbankreserven. Und deshalb hat die Zentralbank eben auch keine direkte Kontrolle, hat nur so einen ingerekten Einfluss. Und das ist jetzt sehr offensichtlich geworden in der gegenwärtigen Finanzkrise, wo man eben merkt, es gibt Deflationsgefahr, es fehlt im Grunde an Geld. Und die Zentralbank kann das aber nicht direkt in den Kreislauf einbringen. Sie hat nur so ingerekte Möglichkeiten, hat den Zins immer weiter gesenkt, macht Quantitative Easing, hat immer neue, wie heißt das, Unconventional Measures, denkt sich immer neue Verfahren aus, um da irgendwie einzugreifen. Aber das funktioniert alles nicht so richtig, wenn die Banken nicht mitmachen wollen. Und gegenwärtig wollen die Banken eben nicht so richtig mitmachen, weil die eben Krise ist, Risiko und keiner so richtig kreditwürdig erscheint. Und deshalb geben die Banken halt nicht so viele Kredite. Ja, aber es ist halt ein relativ komplexes System. So. Ja, auf Probleme bin ich jetzt am Rande schon eingegangen. Der erste, den man vielleicht nennen kann, es ist ein sehr komplexes und unverständliches Geldsystem. Es ist wirklich hochkomplex und extrem schwierig zu regulieren. Und man merkt ja auch, wenn man mit Leuten in der Bevölkerung redet, herrschen völlig falsche Vorstellungen davon, wie das Geldsystem funktioniert. Die meisten Bürger wissen auch nicht mal, dass Banken Geld schöpfen. Es gibt ja so einzelne Umfragen, die Leute irgendwie in Einkaufszentren oder so gemacht haben. Und regelmäßig kommt dann raus, dass so 90 Prozent der Bevölkerung keine Ahnung davon haben, dass eigentlich Banken den Großteil des Geldes schaffen und eben nicht der Staat. Oder auch falsche Vorstellungen haben, ja, dass Schiralgeld wie bei einer Bank eingelagert ist und nicht nur so ein Geldsurrogat, so Versprechen auch Auszahlungen. Und auch unter Ökonomen herrschen im Grunde auch völlig falsche Vorstellungen. Auch in VWL-Lehrbüchern sind dann da völlig absurde Modelle von Geldmultiplikatoren oder in Banken als Intermediäre dargestellt. Und die Frage ist natürlich, wenn ein System so komplex ist, dass nicht mal Ökonomen das richtig verstehen, ist das kompatibel mit unserer Gesellschaft, mit unserer Demokratie? Weil natürlich dann die Regulierung auch entsprechend schwierig ist. Dann bin ich da eben schon drauf eingegangen, die Zentralbank hat keine direkte Kontrolle auf die Geldmenge. Nur indirekt und das kann eben zu schweren Verwerfungen führen. Zum Beispiel zu Vermögenspreisblasen im Boom. Das hatten wir ja vor der Finanzkrise. Die Banken haben massiv Kredite vergeben und das hat Vermögenspreisblasen entstehen lassen und angeheizt. Und das ist dann schwierig eben auch zu verhindern, wenn die Banken eben Kredite vergeben. Andererseits in der Krise haben wir dann eher Deflationsgefahr. Die Banken wollen keine Kredite vergeben und es fehlt an Geld. Die Wirtschaft bricht ein bisschen zusammen. Und im Grunde hat man eine Art prozyklische Geldschöpfung. Wenn die Wirtschaft gut läuft, wenn wir einen Boom haben, dann wird zu viel Geld geschöpft. Es wird alles noch mehr angeheizt. Und wenn es eh schon schlecht läuft, dann wird es noch mehr verschlimmert, dadurch, dass es noch an Geld fehlt. Und das Geld knapp ist. Dritter Punkt ist, es gibt generell die Gefahr von Bankruns. Da die Girald-Guthaben eben nicht voll ausgezahlt werden könnten in Bargeld, da die Banken eben nur fraktional Reserven in Bargeld vorrätig haben, ist es eben nicht möglich, dass alle Menschen gleichzeitig ihr Girald-Guthaben bar eintauschen. Wenn alle Menschen zur Bank rennen, dann würde die Bank eben zusammen Rechnung pleite gehen. Deshalb die Gefahr von Bankruns hat man ja auch wieder erlebt in der Finanzkrise in England und Northern Rock. Und das bedeutet natürlich so eine inhärente Systeminstabilität, die dann eben auch dazu führt, dass man versucht, das zu verhindern und dann solche Sachen einsetzt wie staatliche Einlagensicherungen oder dann eben schnell noch Banken rettet oder irgendwelche Maßnahmen ergreift, um überhaupt so diesen Bankrun-Gefahr abzuwenden. Auch wenn eine Bank wahrscheinlich einfach vielleicht schlecht gewirtschaftet hat. Bevor man dann so eine Systemkrise zulässt, macht man irgendwelche Maßnahmen, die aber zu anderen Verwerfungen führen. Generell impliziert das System eine große Macht und viele Privilegien für das Bankensystem. Ich habe jetzt gerade meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben, inwieweit Banken Gewinne oder auch so eine Art Sanurage aus dem Geldsystem erfahren. Und wir da eben zum Schluss gekommen, dass es massive Privilegien für den Bankensektor bedeuten. Massive Einkommensmöglichkeiten und eben auch Macht bedeutet. Und wenn man sich die Gesellschaft anguckt und die Finanzkrise, dann ist es ja völlig offensichtlich, wie mächtig das Bankensystem ist. Die Einkommen der Banker sind eigentlich mit die höchsten. Man weiß ja, wer irgendwie ganz viel Geld verdienen will, der geht am besten in die Finanzbranche. Und auch wenn man sich anschaut, was an Regulierung passiert ist, trotz der Finanzkrise ist es ja im Grunde eine Farce, was da passiert ist. Weil der Bankensektor, die Bankenlobby einfach so mächtig ist. Und ich glaube, das hat durchaus mit dem Geldsystem zu tun, dass die Banken da eben systematisch große Vorteile darunter erfahren. Und das alles verstärkt die finanzielle Ungleichheit. Insbesondere auch durch die allgemeine Überschuldung des Systems. Dadurch, dass Geld in der Regel nur als Kredit entsteht, bedeutet das eben auch, dass Geld und Verschuldung im Grunde zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Es kann im Grunde nur geben, wenn jemand sich verschulden möchte und einen Kredit bei einer Bank aufgibt. Jetzt vereinfacht gesagt. Und dadurch ist es systemisch notwendig, dass eben irgendein Akteur verschuldet ist. Und wenn der Staat seine Verschuldung abbaut, dann verschwindet entweder Geld und die Wirtschaft gerät in eine Depression oder irgendwer anders muss die Verschuldung übernehmen. Aber dann hat man eigentlich nicht den Vorteil erreicht, dass irgendwelche Verschuldung reduziert ist. Und es nur der schwarze Peter quasi an einen anderen Akteur überreicht. Und diese Verschuldung, ja, belastet natürlich die Gesellschaft und bedeutet auch systematisch eine Umverteilung eben von denen, die Schulden haben, zu den Vermögenden, die eben Zinsen bekommen. Und das Ganze kann man auch argumentieren, impliziert einen gewissen Wachstumszwang. Chris hatte ja gestern auch zu dem Thema referiert, zu der Frage, ist das Geldsystem, gibt es da einen inhärenten Wachstumszwang? Und ich würde auch sagen, dass diese Kombination von diesem Schuldenberg und Zinsen einen Wachstumszwang impliziert, wenn eben nicht die Zinsgewinne komplett rekonsumiert werden ins System. Aber man kann ja davon ausgehen, dass gerade die Vermögenden eben nicht alles rekonsumieren, sondern eben einen großen Teil ihrer Zinsgewinne reinvestieren und dadurch nur noch mehr Schulden entstehen. Ja, und damit ist unser gegenwärtiges Geldsystem auch nicht wirklich mit einer nicht mehr wachsenden oder Postwachstumsgesellschaft vereinbar. Dann komme ich zur Reform. Die Grundidee ist, denke ich, aus dem Problem ganz logisch abzuleiten, eine Verstaatlichung der Geldschöpfung. Also eine Beendigung der Macht zur Geldschöpfung der Banken. Und Vordenker dieser Reform waren im Grunde Irving Fischer nach der großen Depression mit der Chicago School, da gab es da so eine Art Chicago-Plan, der dann auch bis ins Weiße Haus vorrangig da diskutiert wurde. Das war allerdings noch das Modell der 100-Prozent-Reserve, die nicht verwechselt werden sollte mit der Vollgeldreform. Das hat im Grunde das gleiche Ziel, aber ist noch ein bisschen anders. Diese Reformidee geriet dann aber ein bisschen in Vergessenheit, weil man stattdessen in den USA eben den Glass-Fiegel-Act implementiert hat mit Trennbankensystemen und vielen anderen Verordnungen, aber eben keine Reform dieses Geldschöpfungssystems. Und diese Idee wurde dann aber wiederentdeckt von einem Bundesbanker in Deutschland, von Rolf Gocht. Und der hat zusammen mit Josef Huber, der auch in Deutschland ist, vielleicht kennen einige von Ihnen, der hat das weiterentwickelt zur Vollgeldreform-Idee. Und das ist eben die Idee, die jetzt global diskutiert wird von vielen Initiativen. Vollgeld steht dabei für vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel, weil eben alles Geld, eben insbesondere das Girald-Geld, aufgestuft werden soll zu vollwertigen gesetzlichen Zahlungsmitteln und eben nicht nur Geldsurrogat sein soll. Es soll also im Grunde keine Differenz mehr geben, institutionell, ob Geld die Form hat von Münzen, Papier oder eben digitalen Konten. Es soll alles vollwertiges Geld sein. Und es soll eine vierte unabhängige Gewalt geschaffen werden, die sogenannte Monetative, die das Monopol der Geldschöpfung inne hat und damit beauftragt ist, die Geldmenge zu kontrollieren. Also es soll dann ein Gremium von Experten geben, die die wirtschaftliche Lage beobachten, die ganze Geldmenge und dann entscheiden, wie viel Geld braucht die Wirtschaft und dann entsprechend handeln und neues Geld der Wirtschaft zuführen. Und zwar primär über Staatsausgaben. Das heißt, die Monetative stellt vielleicht fest, oh, die Wirtschaft ist fünf Prozent gewachsen und ja, wir brauchen jetzt, salopp gesagt, wir brauchen auch jetzt fünf Prozent mehr Geld für die Wirtschaft, damit die Preise eben stabil bleiben. Und das sind dann fünf Prozent der Geldmenge, wären dann vielleicht, keine Ahnung, 100 Millionen, ein bisschen wenig, sagen wir mal eine Milliarde. Und diese eine Milliarde wird dann einfach dem Staat übergeben, wird einfach ein Konto vom Staat erhöht um eine Milliarde und der Staat kann das dann einfach ausgeben über Staatsausgaben. Also der baut dann Straßen und Schulen oder bezahlt irgendwelche Angestellten und so gerät dann neues Geld in den Wirtschaftskreislauf und kommt eben auch der gesamten Gesellschaft zugute. Also das wäre aber die Primäre im Umlauf bringen. Man kann das auch anders machen. Man kann auch Bürgerdividenden ausschütten, die der Bürger kriegt, 100 Euro oder sowas, oder kurzfristig auch Kredite an Banken geben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber primär soll das eben über Staatsausgaben geschehen. Und noch ganz wichtig, es ist keine Rückkehr zum Goldstandard. Wir denken, ein Fiat Money System ist sinnvoll und die Deckung des Geldes ist einfach die Kaufkraft, dadurch, dass es eben ein Angebot an Waren und Dienstleistungen in der Volkswirtschaft gibt und man durch Geld eben einen Anspruch darauf hat, einen Teil davon zu bekommen. Es soll aber eben keinen Goldstandard geben, weil das einfach eine unnötige Inflexibilität dem System aufwärts zwingt. Visuell dargestellt sehe ich das dann ungefähr so aus. Es gibt eben einen Geldkreislauf, nicht mehr diesen getrennten. Die Zentralbank, oder die dann so eine Art Monetative ist, das ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter, wie man das dann genau differenziert, hat direkten Einfluss auf die Geldmenge und Geld hat eben einfach nur drei Formen, als Münzen, Papier oder digitale Konten, aber es ist alles vollwertiges gesetzliches Zahlungsmittel. Und ja, Vorteile der Reform. Erstens, dieses Vollgeldsystem ist, wie man vielleicht eben an der Grafik gesehen hat, deutlich simpler und verständlicher und auch transparenter für die Menschen. Damit natürlich auch deutlich einfacher zu regulieren. Es stellt eine ganz neue, einfache Basis. Und es, ja, so wie die meisten Menschen sich das Geldsystem eigentlich heute vorstellen, würde es dann durch die Vollgeldreform erst werden. Nächster Punkt. Bei Bankpleiten haben wir jetzt das Problem, wenn eine Bank pleite geht, sind die Giroguthaben im Grunde gefährdet. Wenn die Bank pleite geht und eben nicht gerettet werden würde, dann könnten theoretisch unsere Guthaben einfach verloren gehen und ausfallen. Was in früheren Finanzkrisen wie der großen Depression eben auch einfach passiert ist. Dann war das Ersparte eben einfach weg. Und genauso der Zahlungsverkehr. Wenn die Banken pleite gehen, dann bricht eben auch das ganze Zahlungssystem zusammen. Wenn man in Deutschland die Bank nicht gerettet hätte, dann wäre wahrscheinlich einfach, ja, das komplette System zusammengebrochen. Man hätte einfach nicht mehr zahlen können. Alles wäre stagniert. Unternehmen können nicht mehr kaufen, verkaufen. Kompletter System crash. Und, ja, das ist im Prinzip die Gefahr von Bankrunks und eben auch die Notwendigkeit staatlicher Rettungsaktionen. Im Vollgeldsystem wäre das eben nicht mehr der Fall. Giroguthaben wären völlig sicher. Der Zahlungsverkehr wäre völlig sicher. Und es gäbe keine Gefahr von Bankrunks daher. Und auch keine Notwendigkeit staatlicher Rettungsaktionen. Natürlich kann man sich immer noch von irgendwelchen Banklobbyisten dann überreden lassen, Banken zu retten. Aber es hätte eben nicht mehr diese fundamentalen Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft. Wenn eine Bank pleite geht, und ich mein Konto da habe, dann macht das nichts, dann verwaltet das danach eben einfach eine andere Bank. So wie das heutzutage auch bei Aktiendepots ist. Wenn ich mein Depot jetzt bei der Sparda-Bank habe, und die geht pleite, dann kann ich das Depot einfach zu der Sparkasse transferieren. Und dann verwaltet die halt danach mein Geld für mich. Aber, ja, die Bank kann einfach viel einfacher pleite gehen. Und muss eben nicht gerettet werden. Nächster Punkt. Ich habe angesprochen, die Verknüpfung von Geld und Schulden ist im Vollgeldsystem nicht mehr gegeben. Es kann immer noch Schulden und Kredite geben, aber sie sind nicht mehr eins zu eins, oder mehr oder weniger eins zu eins zusammenhängend mit der Geldmenge. Und daher ist dieser Schuldenzwang aufgehoben. Man kann Schulden reduzieren, wenn man möchte. Sehr wichtiger Punkt, die staatliche Sanourage erfolgt gegenwärtig ja nur direkt auf das Bargeld und indirekt auf das, also auf das Münzgeld und als Zinssanourage auf das Papiergeld. Und im Vollgeldsystem wäre, gibt es eine staatliche Sanourage auf die gesamte Geldmenge. Wenn eben die Geldmenge erhöht wird, dann bekommt der Staat dieses neue Geld. Und das ist durchaus sehr beträchtliche Einnahmen. Wir hätten ja gesehen, bisher profitiert der Staat nur von ungefähr 20 Prozent der Geldmenge. Und diese anderen 80 Prozent wären dann durch eine Vollgeldreform eben auch eine Einnahmequelle für den Staat. Dazu trägt Thomas Betz, glaube ich, im nächsten Vortrag noch ein bisschen das vor. Wie, ja, stellt er so ein paar Zahlen vor. Ja, die Überschuldung für den Staat und hohe Zinskosten für die Öffentlichkeit werden gesenkt. Man kann vor allem beim Systemübergang, bei der Transformation des Systems, kann man mit einem Schlag einen sehr großen Teil der Schulden reduzieren. Einfach dadurch, dass dieses jetzige Geld dem Schulden gegenüberstehen, durch Geld ersetzt wird, dem keine Schulden mehr gegenüberstehen. Und entsprechend kann eben so ein großer Werk von Schulden mit einem Schlag reduziert werden. Und damit kann man so zwei Drittel der Staatsverschuldung einfach sofort abbauen. Das stellt auch Thomas dann noch ein bisschen genauer vor, wodurch das zustande kommt. Und damit ist mit einem Schlag im Grunde das Schuldenproblem der Eurozone gelöst. Mehr oder weniger. Ja, die Privilegien, die ich genannt hatte, für den Bankensektor werden aufgehoben. Banken werden zu reinen Finanzintermediären. Sie können immer noch von Leuten, die dem Bankgeld anvertrauen möchten, können sie Geld einsammeln und das eben an andere Akteure weiterverleihen, die Kredite möchten. Aber sie können eben kein Geld mehr schaffen. Sie sind eben nur noch Intermediäre. So wie ein Immobilienmakler, der auch nur zwischen zwei Akteuren dazwischen steht. Und der Wachstumszwang sollte aufgehoben sein. Also ich habe jetzt nicht genug Zeit, auf die einzelnen Punkte einzugehen. Das können wir dann auch in der Diskussion oder im Gespräch machen. Und noch weitere Vorteile, aber das ist auch die letzte Slide zu den Vorteilen. und zwar zum Thema Geldschöpfung. Gegenwärtig gibt es ja im Grunde gar nicht, haben die Banken haben ja gar nicht das Ziel, für die Wirtschaft optimale Geldmenge bereitzustellen. Die Banken haben einfach nur als Ziel ihre persönliche Gewinnmaximierung und entsprechend schaffen sie eben viel oder wenig Geld. Und in der Vollgeldordnung hat eben eine öffentlich-demokratisch legitimierte Gewalt dieses Geldschöpfungsmonokul. Ja, und damit überhaupt erst das richtige Ziel vielleicht vor Augen. Ist die Zeit lang? Zeit ist knapp? Ja, gegenwärtig hat man nur indirekte Kontrolle der Zentralbank, einfach eine direkte Kontrolle. Prozyklische Geldschöpfung im jetzigen System kann ersetzt werden durch eine antizyklische Geldschöpfung. Also Booms können vielleicht verhindert werden, dadurch dass man dann eben Geld knapp hält und eine Deflation kann auch leicht abgewendet werden. Ich habe da noch eine ganz interessante Visualisierung und zwar kommt oft der Vorwurf zur Vollgeldreform, das Geldsystem wäre dann zu inflexibel. Dass die jetzige Geldordnung so dynamisch wäre für die Wirtschaftsordnung weil die Banken so viele produktive Kredite vergeben mit Schumpeter sei das sei das so gut. Wir sind jetzt verschiedene Prinzipien abgetragen nach denen Geld geschöpft wird. Also zum Beispiel sehr inflexibel ist gar keine Geldschöpfung oder eine fixe Wachstumsrate jedes Jahr 2% mehr Geld und so weiter. oder ein Index alle Kreditnachfragen werden bedient oder ohne irgendwelche Bedingungen kriegen alle Geld die Geld haben wollen. Und wenn man sich überlegt wo würde man das jetzige Geldsystem einordnen dann kann man sagen im Boom ist es super flexibel eigentlich ist es so optimistisch dass jeder der einen Kredit von der Bank möchte quasi einen kriegt und jetzt in der Rezession ist es komplett inflexibel eigentlich kriegt kaum noch jemand einen Kredit nur noch wer völlig sicher eingestuft wird und daher sehe ich auch nicht diese Dynamik des jetzigen Systems diese funktionaler Dynamik wir haben es entweder zu flexibel oder zu inflexibel mit einer folgenden Reform ist man auch festgelegt auf eines dieser Prinzipien dann kann sich eben das aussuchen was man für am sinnvollsten hält oder was am besten funktioniert und dann vielleicht ist das Optimum für die Wirtschaft irgendwie in der Mitte so ein Zitat noch I'm afraid the ordinary citizens will not like to be told that the banks can and do create money and they who control the credit of the nation direct the policy of governments and hold in their hollow of their hands the destiny of the people das betont vielleicht nochmal die Bedeutung des Geldes und ich glaube auch wenn andere Reformen vielleicht einzelne Funktionsprobleme beheben können kann nur die Vollgeldreform einen ganz neuen institutionalen Rahmen des Geldsystems oder unserer Geldordnung schaffen und vor allem eben dieses Machtverhältnis aufheben ich glaube das Riesenproblem der jetzigen Ordnung ist eben dass Banken unglaublich viel Macht dadurch bekommen und unglaublich viel Einfluss und man als Gesellschaft stückweit ausgeliefert ist alle hängen eben am Kredittropf der Banken und auch wenn einzelne Reformen da Probleme beheben können ist eben nur dieses Fundament dann nicht gelöst und es ist sehr schwierig da rein zu kommen mit einer Reform so noch kurze Erfolge also wir als Monetative sind jetzt die deutsche Reformbewegung es gibt weltweit aber mittlerweile 22 Initiativen mit wachsendem Einfluss zum Beispiel in der UK Positive Money das ist die größte Bewegung gegenwärtig die haben es schon geschafft in einem Parlament Debatten zu initiieren und die Green Party dort hat das auch schon aufgenommen als Reformforderung in der Schweiz ist eine Volksabstimmung anberaumt da werden gegenwärtig Unterschriften gesammelt damit man eben eine Volksabstimmung durchführen kann und das sieht sehr gut aus dass dann glaube ich in zwei Jahren tatsächlich einfach eine Volksabstimmung stattfindet und die Schweizer wählen können ob sie eine Vollgeldreform haben können und das könnte dann tatsächlich der erste Schritt sein ein völlig neues globales Finanzsystem wenn das da funktioniert dann werden das vielleicht auch andere Länder nach und nach übernehmen und auch Island was ja auf einen sehr eigenen Weg gegangen ist jetzt in der Finanzkrise da hat auch der Premierminister einen sehr positiven Studienauftrag gegeben zum Vollgeld die wir wahrscheinlich nicht mehr anders geschrieben hätten also so positiv und überschwänglich war der Grunde für die Reform das weiß man auch noch nicht vielleicht für die das auch einen ja vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wer sich noch vertiefend damit auseinandersetzen möchte noch ein paar Literaturempfehlungen das ist von Josef Huber das Standardbuch Monetäre Modernisierung alternativ gibt es im Internet auch von der britischen Bewegung so 50 Seiten und Paper was auch sehr gut ist eben frei verfügbar und ein bisschen spezifischer von Josef Huber auch ein Internetdokument Vollgeld in der Kritik was eben auch verschiedene Kritikpunkte eingeht und ein bisschen technischer von Richard Werner die verschiedenen ökonomischen Theorien auf die Geldschöpfung was es da so gegeben hat und auch eine empirische Studie belegt dass tatsächlich neues Geld entsteht wenn der Bankenkredit vergibt also wenn jemand da sich weiter mit auseinandersetzen möchte gut dann ist wohl die Zeit um